Hat einen Wert von 500 Euro, liebe Freunde, das heißt, schon ordentliches Package, was ich hier rauswerfe. Tera Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, unfassbar, wir haben komplett zerrissen. Ich packe es nicht, wie schnell hier gekoppt wurde von der Maximilian Army. Ich habe bei meiner dritten Kollektion doppelt so viel bestellt wie bei den letzten zwei Kollektionen, weil ich mir gedacht habe, okay, der Merch muss jetzt mal reichen. Der allerletzte Merch, hier muss man etwas mehr bestellen, dass wirklich jeder aus der Maximilian Army, der sich seine Uniform holen möchte, hier auch genügend Stückzahl hat. Und es ist einfach nur mehr ein Viertel da, liebe Leute. Also es ist fast ausverkauft und es ist einfach unfassbar, wie ihr zugeschlagen habt. 99%ige Kundenzufriedenheit bei der Maximilian Army macht mich besonders happy, weil man ja nie weiß, wie kommt das an, vor allem dann, wenn wirklich ein Drittel schon blind bestellt wurde. Der letzte Merch, da ist die Uniform der Maximilian Army in der Nacht reflektierend. Natürlich auch der schwarze, das haben sich einige gefragt, wie können bitte schwarze Streifen reflektieren? Ja, da ist die neueste Technik dahinter, das hat so noch keiner gemacht, habe ich so noch nie gesehen, das macht nur die Maximilian Army und natürlich muss der letzte Merch richtig Lied werden. Manche haben sich etwas getäuscht, die neue Marke Maximilian kommt erst später mit der neuen Kollektion. Das war die letzte Kollektion von Maximilian Merchandise und wie man hier erkennen kann, handelt es sich nicht um eine eigenständige Marke, sondern um Merchandise für Maximilian. Wir haben hier den Sticker oben, wir haben hier eigentlich das Bild, das jeder von euch kennt und gleichzeitig die Sticker, die überall dabei waren, die es auch bei der letzten Kollektion schon gegeben hat. Wir haben hier das Army Kennzeichen, das reflektiert und hinten nochmal fett den Schriftaufzug Maximilian, der in der Nacht auch reflektiert. Übrigens, das ist das erste Modell, das ich anfertigen liest, noch mit einem Kreis hinten, ich habe den aber dann wieder verworfen. Und das ist das endgültige Modell, das ihr habt, natürlich auch mit den Stickereien, das man hier ganz gut erkennen kann, man ist von der Army. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass das Ganze so schnell verkauft wird, aber ihr habt mich wie immer überrascht, liebe Leute. Und deswegen gibt es auch für die letzten Stücke ein ganz besonderes Gewinnspiel. Jeder von euch, der jetzt noch auf Maximilian.eu geht, sich ein Piece holt und die Bestellbestätigung in seine Insta und Snapchat Story post und mich markiert, hat die Möglichkeit, was ganz besonderes zu gewinnen. Ich habe das hier schon vorbereitet. Ich glaube, diesen Schuh kennt jeder, liebe Leute, der war auch beim Shooting eins der wichtigsten Gimmicks. Der Off-White Air Force One Volt. In der gelben, neongelben Farbvariation, man sieht ja schon, wie das Ganze leuchtet, meine Kamera packt es gar nicht mehr. Diese Schuhe verlose ich. Allerdings nicht mein eigenes Part, sondern ein ganz neues Part. Hat einen Wert von 500 Euro, liebe Freunde, das heißt, schon ordentliches Package, was ich hier rauswerfe. Alles, was ihr machen müsst, liebe Freunde, ist, auf Maximilian.eu gehen, euch eines der allerletzten Pieces holen, völlig egal, ob das der Hoodie ist, ob das der weiße Hoodie ist, ob das das weiße Shirt ist. Koppen, die Bestellbestätigung screenshotten und in eure Insta- und Snapchat-Story stellen mit der Verlinkung auf meinen Insta- und Snapchat-Kanal MaxOB, liebe Freunde. Ich werde euch dann auch in meiner Story zeigen, damit ihr dann auch wisst, okay, ich bin jetzt Part of the Game. Ich bin jetzt Teil des Gewinnspiels, ich habe die Chance auf diesen Schuh. Bekommt dann diesen 500 Euro teuren Sneaker zugestellt. Also, liebe Freunde, nutzt die Chance, holt euch, was geht. Die letzten Pieces, das letzte Viertel, jeder von euch holt sich diese Maximilian Army, damit wir die Straßen hier unsicher machen und man schon von Weitem erkennen kann, wie strong die Maximilian Army jetzt schon ist. Ich bedanke mich für das viele tolle Feedback der Maximilian Army. Lasst euch nicht unterkriegen, wir geben hier nochmal richtig Gas. Und seid gespannt auf Freitag, denn am Freitag gibt es auch wieder was ganz Besonderes. Also bleibt auf alle Fälle dran. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde, ihr wisst Bescheid. Koppen, markieren, teilen und schon ist man dabei und gewinnt vielleicht auch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Wir sehen uns am Freitag wieder mit dem neuesten Video. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich da geplant habe, aber es wird auf alle Fälle litten, ihr wisst Bescheid. Bis dahin, euer Maximilian. Maximilian.